Hitradio Antenne 1. Das Wetter. Die Nachrichten. Um 5 vor 7. Ich bin Patrick Seidel. Einen schönen guten Morgen. Knappe Entscheidung der Fluglärmkommission. Und Italien ruft Notstand wegen Dürre im Norden des Landes aus. Hitradio Antenne 1. Immer 5 Minuten früher informiert. Der Blick auf die Straßen im Baden-Württemberg. Das Neueste aus der Hitradio Antenne 1 Verkehrsredaktion mit Nico Auer. Ja, wir schauen auf drei Staus. Heute Morgen einmal die A6. Nürnberg Richtung Heilbronn. Zwischen um Kreuz Weinsberg und Heilbronn der Kasulm. Hier dauert es rund eine Viertelstunde länger. Hitradio Antenne 1. Achtung, Blitzer. Da hat Julia eingesehen. In Oberhausen Richtung Neukula. Und jetzt allen unterwegs. Eine gute und sichere Fahrt. Nadja und der Ostermann. Dein gute Laune Morgen. Dein gute Laune Morgen. Mit Hitradio Antenne 1. Einen wunderschönen Dienstagmorgen. Schönen Dienstagmittag wünsche ich euch. Ich bin Saskia Hintzen. Genießt das großartige Wetter und den passenden Sound dazu. Den gibt es bei uns auch in penne1.de und in der App mit unserem Sommer-Hits-Stream. Aber natürlich auch hier. Hitradio Antenne 1. Antenne 1. So klingt der Sommer. Give me up, give me up, give me up. Cause you're giving me love, you're giving me love. Give me your love. Hitradio Antenne 1. Antenne 1. Hier ist euer Nachmittag mit Hitradio Antenne 1. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Chris Fleischauer. Euch allen einen schönen Nachmittag. Hitradio Antenne 1. Antenne 1. Deine Nacht mit Baden-Württembergs beste Musikmix. Zeekmix.